Hallöchen liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Heute wieder in der Silberbrochmine. Moment, geht. Jam, jam, jam. Ah, so lange her, hat so lange geklappt. Ohne, naja, da kommt es halt jetzt wieder. Wo sind wir, Silberbrochmine, genau. Buffs verteilen, haben kein Drohlin, aber den da. Chip noch ändern. Hat sich was hier geändert? Ja, ich habe mich komplett anrüstet. Und zwar, das ist eine Kombination aus dem Kier T6. Das sind nämlich die Handschuhe, der Helm und die Schultern, Brust und so weiter. Der Hose, das ist, äh, ein Decay-Set. Und zwar ist das für, also für nicht-Decays erreicht, was war, glaube ich, ein 80er-Set. Genau aus den Level-80-Dungeons aus Wrath of the Lich King. Moment, nochmal gehen. So. An den Talenten hat sich, glaube ich, im Vergleich zum letzten Mal wieder nichts geändert. Nee, ich bleibe weiterhin dabei. Da spielt sich einfach solide. Boah, ich könnte, aber hat sich hier was geändert? Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich auch die Doppel-Insignie drin. Ich überlege doch nochmal, mit Empowered Seals zu spielen. Ich weiß halt nicht. Es macht ja schon Spaß, damit zu spielen. Vor allem der Effekt ist einfach geil auf dem Boden. Dieser Kreis mit dem so... Das ist echt geil, ich weiß. Blöder Stift hier. Ich gebe die auf den Sack. So, weg. Ich weiß halt nicht. Ist jetzt wieder so. Ach. Was mache ich denn? Ah, nee, komm, lass. Nee. Da müsste ich mich, glaube ich, erst wieder einspielen. Das ist ja schon zu lange her, wo ich damit gearbeitet habe. Gucken wir mal, dass wir den Leuten so helfen können. Ach du Scheiße, jetzt ist gleich los. Hi. Oh, oh. Scheiße. Oh, gleich mal hier. Ein Zimmern. Ein Bubble an. Scheiße. Wo ist ein Mage? Da ist ein Mage an. Komm, wir kick, 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 kicklein. Scheiße, kann man weg. Kann man wohl nicht weg oder... Ja. Er kriegt eine Bob. Ich habe mich selber. Wall ist up here. Das wird next Freedom. Ich habe kein Freedom, Scheiße. Ja, ey. Hallo, ey. Ich spam hier... Ey, du Spacko. Ich... Hallo, sag mal. Meine Tastatur liebe ich gerade nicht. Ich spam hier. Unglaublich. Ich habe jetzt die ganze Zeit... ...Freispruch gespammt. Und das hat... ...nicht gereicht. Äh. Wenigstens gibt es immer die Lore. Boah, die ziehen uns gerade übel ab. Äh, gut. Die haben es richtig gemacht. Mit allen CDs rein. Und schon gewinnt man den Zerg. Da hätten wir auch Impulse-Ziels nicht gemacht. Wieso bin ich... Ach. Ich hier auch noch den Combat. Und wieder raus. Tja, Leute. Ihr müsst die CDs ziehen. Eure CDs ziehen. Den haben wir down. Den kriegen wir hinnehmen. Wieso habe ich den Slow jetzt drauf? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder einen Slow drauf? Ey, ihr habt aber auch viel um die Ecke zu casten. Cool, die Ecke. Ja, natürlich. Ja, super. Jetzt würde ich sterben. Da ist noch einer. Da kann man gleich töten. Handlauf nebenaus. Das ist wahrscheinlich verschwindet. Können wir ihn wieder abhauen. Nicht total. Ja. Ey, fünf Slows. Ey, das ist doch lächerlich. Da kann man nichts gegendrucken. Fünf Slows. Alter, wie viel das waren. Na, zwei Feuermeister. Gut, da habe ich, glaube ich, vier Stück oder so drauf. Keine Ahnung. Oh, warte, 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 warte. Quäl-BG gerade. Mitte weg. Ja, es ist nicht nur die Mitte weg. Wenn das so weitergeht, ist das Spiel komplett verloren. BG komplett verloren. Ist da haben wir nicht. Was ist denn hier so? Oh, da ist da. Irgendwann eine Bob. Okay, hier. Gleich mal. Okay, der hat Blades. Rofelcopter, du kannst da eh nichts. Der nächste Rofelcopter. Ich finde beide nichts. Guck mal, dich kümmer erst dann. So. Kannst du immer noch nichts. Guck. Ja, die Stipps werden mich anschauen, was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Das kann mir das nicht. Hier ist ein Heiler. Hier sind drei DDS. Und zwei Krieger sind der Meinung. Sie müssen nacheinander reinplayen. Tut mir leid, da fällt mir nichts ein. Man, das, wenn man dumme Aktionen macht, ja, aber doch nicht sowas. Das ist der Holy Pally. Wieso? Achso, Druckwelle. Okay. Schwieriger Krieger. Komm, jetzt robben wir dich mal auseinander hier. Gucken wir uns dann hinterher. Oh ja. Schön auseinander gerobbt. Pally hier noch. Das ist jetzt, glaube ich, gefährlich, was ich hier mache, aber ich riskiere es. Na, jetzt gehe ich nicht ins Target. Hier wird es dann. Komm, 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 komm. Stirb. Stirb. Also down, hier ist es down. Schön. So macht man das. Nice. Ich glaube, da wird ich auch geheilt. Dankeschön. Der Heil war sehr wichtig. Hier ist es. Hier muss einer sein, oder? Nee, die gehen da zu zweit hin. Halt mal den mal auf, damit er nicht reinkommt. Nein, Slow hat er drauf, kürzer. Freedom. Ja, genau, spieg zurück. Du, Wahnsinniger, aufhalten, ne? Nein, hier. Freedom of myself. Dann kriege ich nochmal einen Stunt. Oh, ja, auch geil. Oh, ums. Oh, geil, nochmal. Wo alles sei, jetzt will ich sterben. Oder vielleicht doch nicht. Oh, cool, da gab es Heal. Freedom of den. Schon heißen wir das Hämmerchen. Judgment und so weiter, ne? Dispel, damit er wegkommt. Dann komm dann ich, stun wir den mal. Gibt es jetzt Freedom? Habe ich nicht. Er kriegt jetzt einen Stunt. Dann bringt er nämlich deine drinnen nichts mehr. Mit den drinnen hat er nämlich hundertprozentige Auswahlchance. Das heißt, ich treffe ihn gar nicht mehr. Ich glaube, dann treffen und dann haben wir das zu uns. Trifft dann auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, Judgment ist das Einzige, was er noch trifft. Okay, gucken, dass die Leute hier nicht reinkommen. Jetzt gleich mal Freedom. Den Stunnerer. Ne, kann ich nicht. City Cater ist okay. Jetzt gibt es die CDs. Und komm. Verlohn. Nicht mehr. Ich bin da. Ist da in sie raus. Wall ist ab. Weil ich steppt jetzt. Genau. Na, Schamane. Nö, das Tode bringt ja nichts. Einigen mehr. Und töten wir dich jetzt einfach. Irgendwie heil mich da schön. Cool, danke. Freedom. Freedom. Auf die Party wegkommen. Falls hab ich noch Bubble. Kriegt Inline. Und kriegt die ganzen Kill hier ab. Hier. Was ist denn eigentlich wahr? Stimmt. Gehst du in den Block? Gehst du in den Block? Kein Block für dich. No Block für dich. Was will der denn hier? Mit meinem Kill-Count da irgendwie, gell? Hörchen. Schon wieder ein Blader. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Stunnen wir ihn mal. Können auch nicht. Mit durch das Schwert umkommen. Oh, das ist von Unhaven Mage. Freedom. Ich spruch drauf, damit er nicht stirbt. Dieser Instant Heal ist so göttlich. Aber der wird in, ähm, in Legionen ist das kein Heal mehr. Ist es nur noch Damage. Allerdings auch kein Dot mehr, sondern nur noch ein Direktschaden. Der nach, was haben sie, gebufft? Wurde man gebufft? Auf 8 nach 8 Sekunden. Äh, je nachdem wie das Video natürlich erscheint, ist es weniger, ne? Oder mehr, keine Ahnung. Also im Moment ist es so, der stickt für 10 Sekunden runter. Und am Ende macht er dann den finalen Final Damage. Ich glaube 44% vom Gesamtschaden. Also hier sind das jetzt, äh, 61.300 Schaden. Und von diesen 61.300 Schaden werden dann 44,x% am Ende gemacht. Und zukünftig ist es so, dass der, äh, tickt. 8 Sekunden lang. Und dann am Ende macht's BAM. Das Ding macht aber dann schon ordentlich BAM. So ist es nicht. Koste aber 3 HP und hat 20 Sekunden Cooldown. Dass da hinten Action da ist. Oh my god. Cool. Trotz allem. Boah, aber richtig deutlich, ey. 649 zu 500. Pff. Ja gut, okay. Dann war's doch besser als ich dachte. Hat's noch eine schöne Wendung noch, das ganze Spielchen gehabt? Wääää, nein. Ähm. Oh, knapp. Wie scheiße ist denn das hier? Naja gut, okay. Naja gut, bei so einem Spiel, was gerade mal so ein halbes Jahr auf dem Markt ist, kann das halt mal passieren, ne? Gut, okay. In diesem Sinne, ich sag lieber vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein soll, dann ab damit in die... Was? Wutschrami. Wenn was sein soll, dann ab damit in die Kommentare oder Twitter. Und, ähm, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss.